Moin, moin, moin. Heute wird mal ein bisschen gekocht, auf entspannter Niveau. Ah, jetzt hab ich mich wieder verbrannt. So, Mann, immer die gleiche Scheiße. Ey, wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Nochmal eine Doni. Nicht, dass du mal wieder für zwei Jahre in den Abgrund verschwindest. Hm, das brauchst du dir keine Angst haben. So up with my hands, let the flame let's go. Ah, chillig, chillig, chillig. Hätte ich, äh, äh, hätte ich mich, äh, hätte ich mich in die, äh. Papa fährt jetzt eine Runde. Hey, hallo, was machst du? Papa fährt das Auto. Papa hat ein neues Auto. Du fährt schnell, hä? Und jetzt ist Papa durch die Zeit gereicht. In welchem Jahr bin ich? Und dann esse ich es am PC, wartet. Das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch einfach reicht. Ich fand auch, die hatten einen krassen Humor so, also... Sage mal! Hat er mir den Panzer kaputt geschossen. Das ist alles abgelaufen, vergammelt, hier stinkts. Glücksspiel, äh, das ist wie, äh, bei Montana Black im Keller. Das kennt ihr ja hier, ne, den, den Kellerbereich, der ja auf entspannt, da Rino, Gamingzimmer. Bruder, Mois, ja, ihr kennt das doch, wie das hier aussieht, ne? Oh, alka, 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 alka. Ihr kennt es ja, wie es aussieht. Da hinten streamen wir normalerweise, Bruder, auf entspannt. Woher weißt du, dass das Casino ist mit 10? Monze! Ich bin ganz ehrlich zu euch, Freunde, Verbindung gerade ganz schlecht. Ich glaube, da muss ich auch offline. Er hat einfach Run Away von Kanye West ne 2 von 10 gegeben, Digga. Du musst dir vorstellen, der kriegt ne 7 von 10, Digga, und Tupac und Biggie zusammen kriegen ne 4 von 10. Hier rüber springen, eventuell. Ich dachte, das reicht jetzt. Hier waren wir doch noch nicht, oder? Wir können wirklich von Glück reden, dass es noch Spiele-Studios gibt, wie From Software. Und deshalb, Chad, wenn euch das Game gefällt beim Zuschauen, ihr euch aber vielleicht nicht unbedingt traut, dann versucht es einfach mal. Ey, verlasst es, lasst es! Spielschreien. Prime, immer die beste Möglichkeit, den Streamer. Eurer Wahl, Bullshit. Bullshit! Was soll die Scheiße? Warum sterbe ich da jetzt? So entschieden worden. Sondern von den Leuten, die mit uns dahin gehen. Ich hätte tatsächlich ein Projekt aus der Schule. Wenn wir für dich was voten müssen, müssen wir wissen, für wen wir da voten. Was bringt uns das? Physik Schule. Juschi übrigens, wir sind um 22.30 Uhr mit Jens und mit Monted Scribble. Ich habe für dich auch den Platz geklärt. Es wird big gezeichnet. Was wird gar dick vorn, hat er nicht auf sowas Bock? Nee. Ja, ich habe vom anderen. Ey, Jungs, ich hatte ganz eklige Wörter, wirklich. Das war das Einfachste. Ja, aber das war doch... Es ist doch eigentlich easy im Fluss. Ich kann swallower, bottler. Elster ist ein Vogel. Das ist riesig. Elster ist ein Vogel. Elster ist ein Vogel. Warte mal, Elster. Elster ist ein Vogel, Alter. Du meinst die Elbe. Ich mein sie. No. 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 Ey, Mann. Juschi. Juschi. Was soll ich rangen? Oh mein Gott. Oh, Juschi. Hast du Juschi fast? Juschi fast? Juschi probiert? No. 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 Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du bist seit 17 Monaten hier Subscriber und du schreibst in den Chat, wenn es um Berliner und Krapfen geht, Marmeladendöner. So lernt ihr österreichisch, hier bei mir. Okay, pass auf nochmal das Erste. Happy Aue. Mitten in der Nacht. Sexy. Alles tanzt, alles luhr. Hula palua. Sorg ich in dein Ohr. Es geht beim österreichisch nur darum, dass du mit deinem Mund arbeitest. Ja, das ist gerade von einem alten, von einem Video von ihm da. Oder du. Soll ich sie sitzen oder gut? Ich bin auch noch sehr nett. Kannst mich siezen, alles gut. Hallo Trimax. Tschö, tschö. Unge, rappe mal Wühlmaus. Knopfaugen, Wühlmaus. Ne, wie geht das nochmal? Wie geht das? Ich hab den Text vergessen. Knopfaugen, Wühlmaus, lange Nase, so? Nein, so andersrum. Wühlmaus, ah genau, Wühlmaus fängt an. Aber wie viel, wie viel schaffe ich? Ein Pfund? Das ist schon viel, ne? Ein Pfund? Was ist denn ein Pfund? 500 Gramm, ne? 12 Gramm, oder? Pfund sind auch 12. Für uns sind 12 Gramm. Wake me up, before you go go. Und deine Mutter. Was schätzt du? Wie alt schätzt du Knossi? Alt. Ich glaub so... 40? 42? 41? Ich glaub, der ist 32 oder so. Währenddessen bei Knossi. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer, brettern in Camaro mit 300 km a. Und du bist der Täter, und der Richter schreien, ich bin der Täter. 300 Meter, wurde ich gesehen von Zeugen. Der Richter sagt später. Und der Richter schreien, ich war der Täter. 300 Meter, doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. So geht's. Ungefähr. Ungefähr. Was geht der Fälle? Yeah, gib ihm, brä. Ah, du, ein Flugzeug fliegt nach Afrika in dein Mund. Mach ah, Mund auf. Oh, da! Oh, da! Oh, da!